Julio Calzano ist ein uruguayischer Schauspieler, Leben. Zunächst war Calzano nach Abschluss seiner von 1956 bis 1960 währenden Ausbildung an der Escuela Municipal de Arte Dramatico an der Comedia, national als Schauspieler tätig. Dort wirkte er beispielsweise in Stücken der Regisseure Antonio Lareta, Ruben Janetz und Margarita Xergo mit. Auch spielte er in diversen unabhängigen Theatergruppen. Hier war er im Teatro Circula, dem Teatro Libro und dem Teatro del Pueblo zu sehen. In jener Zeit arbeitete er unter anderem mit Juan Jose Brenta, Mario Morgan, Ruben Castillo und Omar Grasso. Nachdem er sein erstes Engagement an der Comedia National beendet hatte, spielte er bis zu seiner Rückkehr in das Ensemble der Comedia National im Jahre 1994 an diversen anderen Theatern. Während er am Theaterrollen in Stücken von Lope de Viga, Ricardo Taleschnik, Justino Zabala, Muniz Dario F.O. Ibsen, Peter Weiß oder Carlo Goldoni verkörperte, war er auch auf der Leinwand und im Fernsehen zu sehen. Bereits 1980 wirkte er im Super-8-Film Almediodia mit einem Werk von Absolventen der Schule der Cinematheque Uruguaya. Auch agierte er 1996 unter Regisseurin Christine Laurent in dem Film Transatlantik und hatte 2003 in Guillermo Casanovas Werk El Vierje Hacielma, eine Hauptrolle. Auf den Sendern Kanal 4, Kanal 5 und Kanal 10 war er Darsteller in diversen Telenovelas. Karls Agnion ahm überdies die beiden Platten Los Caballons Pertidos und Migustan Los Estudiantes auf und gehört dem Hörspielensemble des S.O.D.R. an. Auszeichnungen. Den Premio Florencio gewann Calz Agnion 1981 für seine Rolle in La Empresa Perdon a un momento de lucura in der Kategorie des besten Schauspielers. Einige weitere Male gehörte er zu den vorgeschlagenen drei Kandidaten für diese Auszeichnung. Für sein Mitwirken in Compagnia Ostdeclase, einem Video-Hack der Manuel Vidalz und Rodriguez S.Castrosa aus dem Jahre 1988 wurde er zudem zum besten Schauspieler beim 7. Nationalen Wettbewerb des S.O.D.R.E. gewählt. Filmografie 1996 Transatlantik Regie Christine Laurent 2003 El Vierje Hacielma Regie Guillermo Casanova Der Vierje Hackel